Musik Das heißt Everything Happens For A Reason und der Song daraus heißt Never Without You. Das gibt es übrigens zu kaufen da vorne bei der reizenden Ali und der meiner herzallerliebsten Hilke. Die haben das da, heute für nur 15 Euro. Daneben stehen auch Uli Mührings CDs, aber... Die sind erstens teurer. Und zweitens habt ihr sowieso schon jeder eine. Der Trend geht zu Dean Collins Zwei CDs. Also jeder der eine Uli Mührings CDs kauft, muss zwei Dean Collins CDs kaufen. Musik 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 Lieber Uli, würdest du uns den Gefallen tun und mitsingen? Ja! Ja! Ladies and Gentlemen, Mr. Uli Möhring! Was der Obama kann, Das ist eine Zeit, ne? Das kann ich auch. Jetzt dürfen alle Herren übrigens die Sackos ausziehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020